Yes! Sie haben da was an der Nase. Wo? Da. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Cuphead. Das erinnert mich voll an die alten Mickey Maus-Zeile. Beginnen wir einfach mal, lieber. Don't deal with the devil. Will ich das vorgelesen? Will ich verlesen? One day, the two boys wandered far from home and, despite the elder kettles' many warnings, ended up in the wrong side of the tracks and entered the devil's casino. Oh shit! Das sieht so geil aus. Inside, Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the craps table. Hot dog! exclaimed King Dice, the casino's sleazy manager. These fellas can't lose! Oh! Nice run, boys! Good gosh, Cuphead! No, cried Mugman. Wie ist er hängen? Komm, ich hab keine Maus. Wie ist er hängen? For he understood the danger. But it was too late! Snake Ice! Laughed the devil while slamming the floor. You lose! The brothers trembled in fear as he loomed over them. Now, about those souls! The brothers pleaded for their very lives. There must be another way to repay you, Mugman stammered. Yes, but please, mister. Cuphead added. Hmm, perhaps there is, the devil sminkered, pulling out a parchment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me, and I just might pardon you two mugs. Now, get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect every one of those souls. Otherwise, I'll be the one collecting yous. Ich glaube, ich gebe jedem gerade die gleiche Stimme. Cuphead and Mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could. Come on, Mug! Panted Cuphead, we have to find the elder Kettle. He'll know what to do. Ich darfst für eine Frau. Oh my gosh. Das ist so edel. Oh! What a fine pick of you boys. Ich habe got news, Herr Wint. Ich weiß, dass ihr das für eine Frau ist. Soll ich ihn aussprechen lassen? I know you don't want to be pawns of the evil devil. But... But if you refuse, I can't bear to imagine your fates. You must play along for now. Collect those contracts. And you best be ready for some nasty shit business. You accept your friends won't be very friendly once you confront them. In fact, I expect they'll transform into terrible beasts. Take this potion so they won't hang you out. It will give you the most remarkable magical abilities. Oh my God. Was passiert denn jetzt? Now go to my writing desk and I use the mystical inkwell there. You need to prepare yourself for a scrap. Okay, können wir... Können wir... Achso. Ich kann jetzt auch laufen bei dem Spiel. Geil. Mit den... Okay. Oh. Yes. Sie haben da was an der Nase. Wo? Da. Okay, los geht's. Okay Ah, auf Z springt man What? Tap for short hold Okay What the fuck? Was ist das für eine Belegung? Sind die Okay, okay Alles klar Was ist das für eine X? Rapid fire Ey, ich muss mit dem Controller spielen Da fliegen ja immer die Hände ab Wer hat sich denn diese Belegung überlegt? Komm, wir machen es ganz schwer Okay, ja Okay, lock Wow Amazing Das ist so amazing Also ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann Press jump while I'm Ah Okay, das ist ziemlich Peasy easy lemon squeezy Achso, ich muss den dritten benutzen Das kann ja auch mal gesagt werden Ja Es ist jetzt nicht so, dass es da steht Okay Resurrect Revive your dead Paul With a well tempere On the ghost Okay, second player mode only Alles klar Thank you Easy peasy Ey Ich muss sowas von mit Ich muss sowas von mit einem Controller spielen Ich denke, wahrscheinlich ist es auch eher für Controller gemacht, oder? Coin Collect coins To purchase items For this Good Ha Das Spiel ist sowas von edel Holla die Waldfee Holla So Und da haben wir den Controller angeschlossen Uhu Das andere wäre mir echt zu krampfig gewesen Dann legen wir mal los, nicht wahr? You'll have to lay out all those debtors to move on Now shake a leg Okay Ist es gut, oder? Ähm 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 Ah, da, Exit So guckt er immer Ah, bin ich süß Was habe ich hier Ich habe Shot B Leute, es ist sauviel hier drin Kann man hier nicht durchschalten Seinbar nicht Was ist in der Post? Nix Mhm Gut, gut Darf ja, darf, darf, darf Das ist wie süß Hey, Freunde Looks like you're in foreign now, eh Well, I used to be the same way Always getting into trouble Running, jumping, shooting But now I prefer just scrolling around Going to your picture But hey Let me give you a hand, take it Er beschenkt uns Sollen wir ins Wasser stumm Da Da Hey, girl Good to see you again Hope these coins have to be Maybe check with other folks around They might help you tell The ones that are trying to kill you I mean He's so fucking lustig Das ist ein Böser da unten, oder? Warte mal Warte mal, Kuls Der ist böse da unten, der eine Was ist das hier? Okay, okay Es erinnert auch so ein bisschen an Super Mario Wo man früher dann auf der Map die Level gewählt hat Porkrinz impieved Him Guck mal Chaser Ex-chaos orbit Long range with below average damage No aim required No aim required Perfekt für mich Adds an additional hitpoint But lightly weakens your attack power Ah, ich weiß nicht Short range with great damage If you can keep close to your target Smoke bomb Invisible dash You will not take damage during a dash A great defense maneuver Aber Sind die Sachen dann immer aktiv? Also habe ich die Als Habe ich die an mir dran In mir drin praktisch Wenn man so will Wir gehen zuerst mal auf dieses Pünktchen Was ist das? Follies Run and gun Hey Hey, Tom Das Video wird sowas von orange Aber ja Kann ich die auch Kann ich die auch so wegdashen? Wow Ich wollte den Grape Ah Ah Ich wollte ihn dashen Okay Okay, warte I got it in the grip Ich habe zwar jetzt schon einen live verloren Aber Wow Ich drücke einfach durch Gehen Oh Alles klar Alles klar Alles klar No There are some small ones Ha Was? Ich bin einfach durchgefallen Seit wann Seit wann geht denn das? Nein Ich bin einfach weg Ich bin einfach weg Oder wie der Pudipu sagen würde Zero deaths Ne, das mache ich locker Den mache ich euch locker hin Level mache ich euch mal locker hin Pass auf Das wird ein Speedrun Das wird ein Ich lasse einfach alive Ich lasse die einfach alive Ist eigentlich egal Wenn die Wenn die noch leben, oder? Blauer Blauer Sonic Geh weg Blauer Sonic Komm Komm Sehr gut Oh fuck No Diese Schussgeräuche No where to run No where to go This forest is your foe Will come Ich will nicht durchgehend schießen Das machen nur Noobs Deswegen Deswegen werde ich jetzt Einzelschuss Fuck Ich muss durchgehend schießen Das machen die Profis Einzelschuss ist für Anfänger Schön beim Tischkicker durchdrehen Die Dinger Das ist Profi-like Einzelne Drehungen machen Ist ja lächerlich Als wenn man ein Kacknoob wäre Oder so Oh mein Gott Wie ich den gedarcht hab Sonnenblümchen Das bockt mich vielleicht So ein bisschen zu Zu hitten Snatch You wanna hit me, huh? No Little mushroom No Kann ich Hätte ich jetzt hier durchfallen können Ich will es kurz testen Ja, kann ich Finde ich Finde ich irgendwie critical Finde ich so leicht critical Nein Wie krieg ich denn das? Okay, Achtung Ah Die Böde Achso Ich muss das Ding dodgen Äh, ich mein Ich mein Äh, nicht dodgen Bändischen Nee, nicht Perischen Paring Ich muss das parieren Alter Ich hab den sowas von wegpariert Oh Fuck Leute, ich spür so ein bisschen Dieses Kaiso Mario Feeling von früher Das war eine lange Zeit Euer Lieblingscontent Oder wahrscheinlich Nicht mehr von euch Ich weiß nicht, ob überhaupt Noch jemand da ist Der das gerne Der damals da war Bei Kaiso Mario Ach komm, ich krieg mal Dieses Aiming nicht richtig hin Also man kann halt nur In diesem Winkel Oder in diesem Aber Ich weiß nicht, ob Na, man kann da nicht laufen Wenn man aimt Also wenn du richtig aimst Praktisch stehen bleibst Um in der Richtung zu aimen Dann, äh Bleibst du stehen Ja, ist ja logisch Wenn du stehen bleibst Bleibst du stehen Macht irgendwie Sinn Also theoretisch kann ich die Erlanden lassen Die, die Gauen Ha Parry I'm gonna perish Ist das so fucking easy It's just like the Axios Zack Ne, ist es beim Ernst Ähm Ich glaube Wenn man die Level Dann so ein bisschen Kennt So wie es bei allen Spielen ist Dann geht's Und zum Beispiel Kann ich mich genau Und diese zwei Grasduckler erinnern Die jetzt nicht kommen Okay Ah fuck Oh shit What Okay Ziemlich easy Ha 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 Jetzt weiß Jetzt kenn ich's Aber praktisch auswendig Das Lame Da von hinten Kommt ein Gegner Hab ich gesnatcht Von oben Kommt ein Gegner Hab ich nicht getroffen Wollte ich aber auch Gar nicht treffen Zack 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 Tryhard Mode Alter Nein Ich bin doch im Tryhard Mode Kurz vom Ende Kommt er Angepimmelter Shit Shit Ha ha Bravo Baramissimo Porzellano Ha Komm schon Locker Das hab ich mal wieder super hinbekommen Ne Dort das Spiel Guck mal da A B Was wollt ihr von mir Wir haben es geschafft Was ist denn hier Irgendein Wald Und da ist Äh Noch was Da gehen wir als nächstes natürlich direkt hier hin Was ist das Rules of an ooze Simple Aber jetzt heißt erstmal Vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe euch gefällt dieses Spiel Gebt den Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Krass ich fühle mich gerade wie so Ein YouTuber Da sind noch andere Videos angezeigt Und so Playlist und sowas Und noch irgendwas zufälliges Und zum Abonnierer Was